Was ist die Regel von Granville-Sharp? Und das unter bestimmten Voraussetzungen. Aber weil diese Kritik der Anwendung der Granville-Sharp-Regel auf 2. Thessalonischer 2 Vers 1 auch exakt sein soll, habe ich das Video nochmal korrigiert und überarbeitet und das Ergebnis seht ihr im folgenden Video. Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch nochmal was zeigen und zwar habe ich mich nochmal mit dieser Predigt auseinandergesetzt von Roger Levy und habe mir nochmal diese Granville-Sharp-Regel hervorgeholt und die nochmal genau angeschaut, weil da werden ja schwere Geschütze aufgefahren, jetzt mit ganz speziellen linguistischen, grammatikalischen Konstruktionen und die werden angewendet von Roger Levy, wie man nicht darf. Aber schaut es euch mal an, ich zeige euch jetzt den Ausschnitt, dann zeige ich euch die Granville-Sharp-Regel und danach schauen wir uns kurz an, warum Roger Levy das so macht. Bis später. Die Formulierung im Griechischen entspricht der sogenannten Regel von Granville-Sharp. Das ist ein bekannter Name in der griechischen Grammatik. Diese Regel muss man unbedingt lernen und wenn man Griechisch studiert, und dann werden viele schwierige Stellen plötzlich ganz einfach und klar. Und da ist die Regel so, dass der Ausdruck, die Ankunft und unser Versammeltwerden, dass das dieselbe Sache ist. Ja, hier zeige ich euch mal die Granville-Sharp-Regel. Und zwar ist das auf einem Blog reformiert, blog wordpress.com, seht ihr hier oben den Link. Und der schreibt hier, Granville-Sharps-Regel nach Granville-Sharp selbst lautet, Wenn das Kopulative und zwei Substantive desselben Falls miteinander verbindet, nämlich Substantive, entweder Substantiv, Adjektiv oder Partizipien, die eine Person beschreiben, die Bezug nehmen auf ein Amt, einen Rang, eine Verwandtschaft oder eine Verbindung, Eigenschaft, Qualitäten, gute wie schlechte, Wenn der Artikel ho, egal in welchem Fall, dem ersten der beiden besagten Substantive oder Partizipien vorausgeht und nicht vor dem zweiten Substantiv oder Partizip wiederholt wird, dann bezieht sich das Letztere immer auf dieselbe Person, die durch das erste Substantiv oder Partizip beschrieben oder dargestellt wurde und ist damit eine weitere Beschreibung der zuerst genannten Person. Der entscheidende Punkt für den Leser von Scharps Werk ist dieser. Scharps Regel gilt nur für Singulare, nicht für Plurale. Und sie soll nicht auf echte Namen angewendet werden. Seine Regel kann nur auf Personen angewendet werden, nicht auf Sachen. Schauen wir uns das mal hier an unserem Beispielvers an. Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn. Tychikus ist also ein geliebter Bruder und ein treuer Diener. Das heißt, Bruder und Diener sind beides Beschreibungen von Tychikus. Laut der Granville-Sharp-Regel beschreiben ja die beiden Substantive die dann im Text genannte Person. Würden wir das aber auf 2. Thessalonischer 2, Vers 1 anwenden, dann wären ja diese beiden Substantive eine nähere Beschreibung der Person Jesu Christi. Dann wäre die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unser Versammeltwerden zu ihm hin eine nähere Beschreibung von Jesus Christus. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Denn Jesus Christus ist nicht die Ankunft und auch nicht das Versammeltwerden oder die Entrückung. Das macht also keinen Sinn. Das wollte aber auch Roger Libby nicht sagen. Er wollte sagen, dass die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und das Versammeltwerden zu ihm hin ein und das gleiche Ereignis wären. Und er versucht das mit der Granville-Sharp-Regel zu begründen. Aber das würde ja bedeuten, dass Epheser 6, Vers 21 so verstanden werden könnte, als ob Bruder das gleiche wäre wie Diener. Und das ist es eindeutig nicht. Ein Bruder ist kein Diener und ein Diener ist kein Bruder, sondern beide Substantive werden verwendet, um zwei unterschiedliche Eigenschaften von Tyschikus zu beschreiben, dass er nämlich einerseits Bruder und andererseits Diener ist. Hieraus kann man also auch sehen, dass die Anwendung der Granville-Sharp-Regel auf 2. Thessalonischer 2, Vers 1, so wie Libby sie angewendet wissen will, nicht möglich ist, wenn damit begründet werden soll, dass die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus dasselbe wäre wie unser Versammeltwerden zu ihm hin. Das bedeutet also, dass die Granville-Sharp-Regel auf 2. Thessalonischer 2, Vers 1 nicht angewendet werden kann, so wie Roger Libby das in seiner Auslegung tut. Wie man sieht, ist Granville-Sharps-Regel viel mehr begrenzt in seiner Anwendung, als die modernen Definitionen das deutlich machen. Das bedeutet also, dass man mit der Granville-Sharp-Regel viel mehr erklären will, als die Granville-Sharp-Regel überhaupt selbst zulässt. Also man darf das nicht ausweiten auf Themen, die durch diese Granville-Sharp-Regel nicht abgedeckt sind. Und das tut Roger Libby leider in seinem Video hier. Die Formulierung im Griechischen entspricht der sogenannten Regel von Granville-Sharp. Und da ist die Regel so, dass der Ausdruck, die Ankunft und unser Versammeltwerden, dass das dieselbe Sache ist. Ja, also hier meint Ankunft das Gleiche wie unser Versammeltwerden zu ihm hin. Und das ist die Entrückung. Ja, also man sieht jetzt, dass Roger Libby hier diese Regel von Granville-Sharp anwendet, ohne dass er erlaubt ist. Warum tut er das? Er tut das deswegen, weil dieser Ausdruck, aber der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christi und unserer Versammlung zu ihm hin, soll deswegen ein und dasselbe Ereignis sein, weil man sagt, dieser Tag, der hier beschrieben ist, der Ankunft Christi, das ist vor der Drangsal. Wenn man nämlich annehme, dass dieser Tag der Ankunft Christi, der ist, den Paulus in 2. Thessalonicher 1 beschreibt, und das ist übrigens der Gesamtzusammenhang dieses Textes, dann wäre das ja der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt und er herrlich erscheint, mit seinen Heiligen, also mit der Gemeinde Jesu, und wunderbar mit allen Gläubigen. Und das ist der Tag, an dem der Herr Jesus offenbart werden wird vom Himmel samt den Engeln seiner Kraft und mit Feuerflammen Rache zu geben, über die so Gott nicht erkennen und über die so nicht gehorsam sind, dem Evangelium unseres Herrn Jesu Christi. Welche werden Pein leiden? Das ist der Tag der Wiederkunft Jesu Christi auf dem Ölberg mit seiner Gemeinde. Davon schreibt Paulus in 2. Thessalonicher 1. Und das ist auch der Sinnzusammenhang. Und um eine Verbindung jetzt von Vers 1 in Kapitel 2 mit diesem laufenden Gedankengang aus Kapitel 1 zu unterbrechen, verwendet Roger Libby, ohne dass er das darf, ohne dass das erlaubt ist, diese Regel von Granville Sharp, um diesen Gedankengang zu unterbrechen und einen neuen Tag hier einzuführen. Den Tag, an dem Jesus Christus kommt in Wolken, um seine Gemeinde zu holen, die aber nicht der Tag des Gerichtes ist. Also in 2. Thessalonicher 1 hat er geschrieben von dem Gerichtstag, wenn Christus kommen wird mit seinen Heiligen in großer Macht und Herrlichkeit, mit Feuer und mit Gericht über alle, die die nicht geglaubt haben. Das ist aber der Tag, an dem Jesus Christus auf den Ölberg wiederkommt und mit seiner Gemeinde zusammen Gericht üben wird, an denen, die dann Jerusalem belagern. Und dieser Tag ist halt nach der 70. Jahrwoche, am Ende der Trübsal, nach der Trübsalzeit, nach der Drangsalzzeit. Und weil Roger Levy dieser Voreindrückungslehre anhängt, deswegen verwendet er hier die Regel nach Granville Sharp, aber regelwidrig. Und das finde ich heftig. Er müsste das wissen. Er ist Doktor der Theologie, er kennt sich da aus. Er tut das trotzdem nicht, diese Regel dort eben nicht anzuwenden, sondern er wendet sie regelwidrig an, um die Lehre der Voreindrückung zu stützen. Ich wollte euch nur zeigen, welche Klimmzüge hier unternommen werden, um eine Theologie zu verteidigen. Und das ist das, was ich euch sage. Ihr bekommt in vielen Predigten im Internet nicht Bibel, sondern ihr bekommt eine Theologie oder ihr bekommt ein Lehrgebäude vorgesetzt. Das ist dasselbe im Buch Daniel, wenn in Daniel immer vom Römischen Reich gesprochen wird. Ich werde ja nicht müde, das zu sagen, aber im ganzen Buch Daniel kommt nicht einmal das Römische Reich vor. Kann man sich kaum vorstellen, sucht es nach. Ist halt so. Es gibt eine andere Linie, die dort gezeichnet wird, möchte ich jetzt aber nicht darauf eingehen. Aber in diesen Dingen wie hier, wo diese großen Geschütze, diese großen grammatikalischen Geschütze aufgefahren werden, nur um eine Theologie zu verteidigen, das ist schon heftig. Fühlt ihr euch da vielleicht auch hintergangen? Ist das noch ehrlich, was man hier tut? Ist das noch ehrliche Bibelauslegung? Oder strapaziert man hier irgendwelche grammatikalischen Regeln und wendet die, ich vermute vorsätzlich, falsch an? Ich meine, Liebe ist Doktor der Theologie. Er müsste das wissen. Wenn er das nicht weiß, sollte er das nicht anwenden und soll es nicht so vollmundig verkünden. Er sagt ja, das muss man unbedingt kennen, diese Regel von Granville Schaar, wenn man Griechisch lernt. Dann muss ich sagen, gut, dann muss man sie aber auch genau lesen und muss sie auch genau in den eng begrenzten Zusammenhängen verwenden, wie es auch ist. Fühlt ihr euch da nicht auch irgendwie hintergangen? Ich fühle mich dahintergangen, wenn ich das sehe. Und ich finde es einfach ärmlich, wenn man diese Predigten näher anschaut, wie wenig Substanz doch dann da oftmals ist. Das ist ein großes Problem. Und ich finde das auch nicht fair. Ich finde das einfach nicht fair. Und ich bin fast so weit zu sagen, das ist ja fast schon Betrug. Das ist ja Vorspiegelung falscher Tatsachen, würde man im Wirtschaftsleben dazu sagen. In der Theologie kann man das tun, weil das eigentlich niemand sanktioniert. Beschäftigt sich auch niemand groß mit der Granville-Sharp-Regel. Und alle sind natürlich erst mal total erschrocken. Oh, so ein großes Wort, Ungetüm, und der kennt sich aber echt super aus. Und wenn man das dann nachzieht, dann sieht man, dass das vollkommen falsch ist, was er da sagt und behauptet. Und das schadet dem Evangelium. Das schadet dem Evangelium, schadet auch der Prophetie, schadet der Endzeitlehre, der Eschatologie oder Eschatologie, wie man da auch immer sagen will zu. Ich sage ja auch immer Roger Liby statt Roger Liby. Ja, ich weiß das, aber ich habe es mir so angewöhnt. Also für mich ist er der Roger Liby. Und ich finde das schade, weil er müsste das wissen und er kann mehr. Aber wenn er es besser weiß, warum tut das dann? Warum macht er diese Klimmzüge entgegen jeglicher Bibelauslegungslehre? Und warum verglittert er den Text dermaßen? Das finde ich heftig und das ist nicht in Ordnung. Es geht mir nicht um die Person von Roger Liby. Ja, ich kenne den überhaupt nicht persönlich. Ich habe dann und dann mal ein bisschen Mailkontakt mit ihm gehabt. Ansonsten hat er sich nicht groß gemeldet auf meine Anfrage, die ich mehrfach da gestartet habe. Ist auch nicht so schlimm. Ja, der hat viel zu tun. Der hat auch ganz viele Anschriften bestimmt, die er auch beantworten muss. Ist alles okay. Ja, ich bin mittlerweile sowieso so weit, dass ich sage, ich mag nicht mehr so gerne mich mit Theologen darüber austauschen, weil die alle schon so festgefahren sind und die trauen sich auch nicht mal wirklich neu, diese Texte zu durchdenken. Ich freue mich über jeden, der das sieht, der das nachvollzieht. Und ich will nur diese falschen Auslegungen, die über diese Bibelstellen kommen, wo ganze Lehrgebäude aufgebaut werden und wo den Leuten eingerendet wird, morgen kann schon die Entrückung kommen oder heute kann schon die Entrückung kommen. Und in so Zeiten wie jetzt, die Leute seit zwei Jahren auf die Entrückung warten und sind ständig enttäuscht. Und die sind ja ständig, sie sind ja nachher enttäuscht am Wort Gottes, weil solche verantwortungslosen Auslegungen gemacht werden. Ja, die sind enttäuscht und glauben, die Bibel wäre falsch, weil sie diesen falschen Auslegungen glauben. Und das, finde ich, darf man tun, dass man so eine Auslegung sich mal anschaut und mal auf den Busch klopft und sagt mal, ist das denn so, wie der das sagt? Ja, ich wünsche mir das auch, wenn ihr meine Videos anschaut. Ja, ich wünsche mir nicht, dass ihr mir einfach so hinterherlauft wie dem Roger Liby, weil dann läuft er dem Dritten auch wieder hinterher. Ja, mir geht es darum, steckt die Nase in die Bibel, prüft das nach, was geschrieben steht und das, was ihr gepredigt bekommt, prüft das nach. Paulus sagt das auch, ja, prüft alles und das Gute behaltet. Prüft alles. Das haben wir hier gemacht. Roger Liby fällt wieder durch mit seiner Auslegung hier. Finde ich sehr schade, hätte ich mir anders gewünscht, ja, weil das sehr an seiner Glaubwürdigkeit, weil das seiner Glaubwürdigkeit sehr, sehr schadet. Ja, und er ist wirklich einer der Exponenten in der evangelikalen Lehre. Warum macht ihr so was? Das hätte er eigentlich nicht nötig. Ich schließe hier. In den nächsten Tagen, habe ich schon mal gesagt, würde ich gerne nochmal diesen thessalonischer Brief auch lesen mit euch, und zwar mit dem, was wir uns bisher erarbeitet haben. Ich glaube, dass die Ergebnisse deutlich besser sind, deutlich belastbarer sind. Und der Paulus ruft die thessalonischer auch immer wieder zur Nüchternheit auf. Und ich glaube, dass in Thessaloniki einige gewesen sind, die gesagt haben, die Entrückung kommt bald, die ist jetzt demnächst. Und dann haben die angefangen und dann haben die aufgehört zu arbeiten, ja. Die haben aufgehört zu arbeiten und haben Unsinn getrieben, ja, und haben sich einem unordentlichen Wandel hingegeben, weil die gesagt haben, die Entrückung kommt ja eh bald, ja. Das war der Punkt. Und Paulus sagt, von dem, was ich euch gesagt habe, dass vor der Entrückung noch Dinge passieren müssen, dass nämlich Israel auseinanderbricht und dass Jerusalem noch wiedergeboren werden muss und dann erst der Antichrist offenbar werden wird. Lasst euch von dieser guten Lehre nicht wegbringen in eine Unnüchternheit. Und diese Unnüchternheit heißt, die Entrückung kann jederzeit kommen. Das ist der Kern von dem. Es ist also genau umgekehrt im Vergleich zu dem, was ihr immer hört. Ich weiß, dass das heftig ist. Ich weiß, dass ich auch dafür angegriffen werde. Das ist mir aber egal, ja. Es geht um Gottes Wort und da halten wir uns dran, ja. Ich danke fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. – Vielen Dank. Vielen Dank.